So, ich muss jetzt noch ein paar Filme herunterschmeißen, weil kein Platz mehr auf dem Speicher war. Also hier steht noch mal so ein kleiner, ich schätze mal, das sieht eigentlich mehr wie ein Mülleimer aus hier. Ja, das hatten wir schon, die Geschichte da neben der Küche. Nicht so prickelnd, außer das feste Teil hat hier Siding, was ja meistens davon bedeutet, dass es eine Hölfkonstruktion ist. Aber wie gesagt, das ist nur der Nebenbereich hier, also nicht vom festen Haus. Das ist das, was ja auch dieses große Zimmer, was ich ja als erstes gezeigt hatte. Ja, hier ist das Fenster, was einem nicht aussieht, wenn so, das ist ja kein Jalousien hier drin, sondern diese Kurbelfenster. So, jetzt sind die anderen doch drin, was wir im Ablauben machen können. Ja, das ist, wie gesagt, das Dach sieht so sauber aus, aber ich glaube, viele Körner sind da nicht mehr drauf, also ich schätze schon, dass da was gemacht werden muss. Was ist das? Ja, das ist. Okay. Ja.